So, dieses Video hier entsteht auf die Schnelle, deswegen habe ich auch im Hintergrund jetzt kein spezielles Bild mit einer 2020 oder irgendwie sowas in der Art. Das ist jetzt einfach so Freestyle, damit ich das quasi hinter mir habe, damit ihr wisst, was wird 2020 mit meinem Kanal, was will ich verändern, was kommt dazu, was sind meine Überraschungen denn? Ich habe ja auch geschrieben, kaufe ich zumindest in Community-Tab, dass ich Überraschungen und sowas alles habe. Also, heute ist noch der erste, ah ne, okay, so gesehen ist jetzt der zweite, es ist 0.05 Uhr, aber eigentlich ist quasi noch der erste für mich. Entspannter Tag wie immer, der erste Tag im Jahr ist ja auch einer der wichtigsten Tage, letztes Jahr zum Beispiel war der erste ja nur einer der blödesten Tage und bei mir jetzt hier, standardmäßig, könnte also gut werden das Jahr. Das ist halt so ein Aberglaube, sage ich jetzt mal. Und das Einzige, was ich heute richtig, richtig gut fand, ist, dass ich mich wirklich mal hingesetzt habe und gesagt habe, yo, du veränderst jetzt mal was an deinem Kanal und zwar vom Optischen. Ich habe das Kanalbanner nach dreieinhalb Jahren oder nach vier Jahren sogar, ich weiß nicht mehr, sah das am Anfang auch schon so aus, ich glaube ja. Also nach vier Jahren habe ich meinen Kanalbanner endlich mal geändert oder viereinhalb sogar, heftig. Und ich finde jetzt so, wie es aussieht, ihr könnt euch das auf dem Handy gut angucken, ihr könnt das auf dem Fernseher gut gucken, also anschauen und ihr könnt das auf dem Monitor gut sehen. Also auf dem PC-Monitor, Laptop-Whatever, halt Monitor. Und das war mir wichtig, dass das auch auf dem Handy gut zu sehen ist, weil das war beim letzten Layout nicht wirklich der Fall, beim letzten Design. Und, ähm, ja, diesmal habe ich es auch ein bisschen professioneller hinbekommen, es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Und, ähm, das ist schon so ein Schritt, den ich mich nie gewagt habe. Ich wollte das nie machen, weil ich mir dachte, ich habe eins, das ist okay, reicht eigentlich. Dann denke ich mir aber, okay, PS4-only hat ja auch nicht so wirklich gestimmt. Und wer weiß, vielleicht kommt ja irgendwann mal noch eine andere Konsole dazu, das ist ein bisschen altbacken, das so zu schreiben. Und deswegen habe ich einfach meinen Namen genommen und darunter so einen kleinen Slogan, der übrigens eine Stunde gedauert hat, um den auszudenken, ungelogen. Und, ja, finde ich, sieht recht schick aus. Dann habe ich auch noch die Folgen der Woche geändert, also komplett umstrukturiert. Ähm, ihr könnt beim Kanal-Banner gerne auf dieses, ähm, auf die Folgen der Woche klicken, da könnt ihr alles wirklich haargenau sehen. Das bedeutet, Montag, Mittwoch, Freitag sind Aufnahmetage. Das bedeutet, das sind Tage, wo bis zu vier oder ich glaube sogar fünf Videos kommen können. Ähm, von 18 bis 21 Uhr, das sind vier Videos. Ja, das sind vier Videos. Ähm, und die anderen Tage, Dienstag, Donnerstag, äh, Dienstag und Donnerstag, ähm, und Samstag, natürlich den Samstag darf man nicht vergessen, das sind Streaming-Tage, da wird dann auf jeden Fall gestreamt und da kommen noch Videos zusätzlich, aber mehr die Story-Sachen. Also keine Battles, sondern sowas wie Skyrim, Minecraft, Black Desert, vielleicht auch mal alles drei, wenn ich viele Videos habe, oder auch mal vielleicht nur eins. Das ist bei den Streaming-Tagen wirklich unterschiedlich, aber bei den Aufnahmetagen sollten auf jeden Fall, sollten auf jeden Fall zwei, eins bis zwei, ähm, Endlos-Projekte drin sein, oder Story-Dinge halt. Und ihr könnt dann auch genau sehen, welchen Stream, ähm, welcher Stream jetzt kommt, welcher Part das dann auch sein wird. Das sieht man dann in der Klammer, zum Beispiel bei Uncharted 4 steht da in Klammer 1 und die anderen Tage halt 2 und 3. Und, ähm, da sind dann auch, ähm, zwei unterschiedliche Stream-Arten, einmal der 15-Uhr-Stream und ein 20-Uhr-Stream. Ähm, 20 Uhr ist halt für mich immer eigentlich mehr so Battle-Zeit, aber Story-Zeit halt auch, also Uncharted passt auch für Abend ganz super. Und wenn ich mal Bock hätte jetzt zum Beispiel was, so Dark Souls-Stream, den kann ich auch mal so um 15 Uhr starten, sag ich jetzt einfach mal so ein Beispiel. Weil das ist jetzt nicht so, wo man sagen muss, da kann man entspannen bei, das kann man auch mal um 15 Uhr einfach so machen. Natürlich wird es auch spontane Streams geben, klar, die werde ich dann aber per Community-Tab anmelden, also dann euch sagen. Oder dann auch per Twitter. Denn ich habe letztes Jahr im November, oder, ja doch, ich glaube November 2019, habe ich mir Twitter mal gemacht. Ich hatte es vorher nie, weil ich es halt nicht brauchte. Und jetzt habe ich mir mal gedacht, ach komm, weißt du was, eigentlich brauchst du es schon. Ähm, weil du kannst dir deine Videos auch vorstellen, du kannst auch andere Sachen machen, ähm, wie zum Beispiel ein Bild hochladen. Ähm, und zwar nicht nur irgendein Bild, sondern ein ganz besonderes Bild. Und jetzt kommt's. Nach viereinhalb Jahren, manche verfolgen mich wirklich schon seit Dragon Age. Ich habe das letztens erst im Minecraft-Stream mitbekommen, das ist krass. Manche verfolgen mich seit Skyrim, das ist auch krass, das sind über zwei Jahre jetzt schon. Und manche kennen mich auch erst seit letztem Jahr. Trotzdem fragt man sich immer, wer ist eigentlich, wie sieht derjenige aus, der da spricht. Und da hatte ich eine Idee. Ich werde natürlich auch erstmal noch eine Umfrage machen, vorher. Aber ich glaube, sehr vielen Leuten interessiert es, wie sehe ich eigentlich aus. Bin ich dünn? Bin ich dick? Habe ich lange Haare? Habe ich vielleicht sogar eine Glatze? Äh, 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 ja. Also ich kann sagen, ich habe ja schon mal oft gesagt, ich bin dünn. Und ich habe jetzt mittlerweile längere Haare, mittellange Haare. Aber ich habe noch eine Mütze immer auf. Also nicht eine Cappy, sondern halt eine Mütze. Ähm, für den Stil halt. Und bin ich mal gespannt, ob ihr dann wirklich glauben könnt, dass das, wie ihr euch mich vorgestellt habt. Das würde ich dann gerne unter dem Tweet dann, ähm, mal wissen, wie ihr das so findet. Und, ja, war es das eigentlich jetzt schon alles? Ich glaube, ja. Also auf jeden Fall will ich mein Gesicht zeigen. Mich zeigen. Vielleicht auch mal mehr Real-Life-Sachen. Also klar, es müssen natürlich auch Personen sein, mit denen, ähm, die das okay finden, dass ich die, ähm, mit auf dem Bild habe. Oder, oder, was auch gut wäre, zum Beispiel zum Silvester. Da hatte ich eine, diese komische Knicklichtbrille und so auf. Das wäre halt auch lustig gewesen. Also es wird halt mehr Real-Life-Sachen kommen. Es werden mehr Real-Life-Sachen kommen, so. Weil ich habe gemerkt, aus dem 19. Video, was ich gemacht habe, mit dem Rückblick, also dem, meinen persönlichen Rückblick, der nicht so geil war eigentlich. Habe ich gemerkt, wie viele Leute es eigentlich interessiert, von mir Sachen zu erfahren, die nicht, nicht jeder Preis gibt. Weil es denen zu privat ist oder sonst was. Ich bin aber eine Person, wenn ich mir eine Community aufbaue und die jeden Tag unterhalte, jeden zweiten Tag, wenn da mal nichts kommt für einen oder irgendwie sowas, dann sollte man auch, man ist halt Mensch. Man ist halt kein, keine Maschine, die dahinter sitzt und einfach emotionslos, ähm, oder per Knopfdruck Emotionen zeigt und so. Ich zeige auch mal Emotionen, wenn ich Bock drauf habe. Ich habe schon mal in einem Stream geweint, das war bei King of Hearts zum Beispiel. Und deswegen denke ich mir auch, ähm, dass man auch mal über, in Anführungsstrichen, Sachen reden kann. Klar, jetzt nicht alles ist logisch, jetzt nicht genau, wo ich wohne und so ein Mist, das ist vollkommen, ne. Aber, ähm, ja, so deepere Themen wie Depressionen und so, das sind halt auch schon wichtige Sachen, die heutzutage leider viel zu oft, und deswegen dachte ich einfach mal, dass, ähm, dass es euch interessiert, was ja auch am Ende so war. Und genau deswegen möchte ich mehr, ähm, mehr von mir zeigen, so. Auch mal, wenn ich mir zum Beispiel ein Spiel gekauft habe oder so, damit man dann gleich weiß, oh, da könnte vielleicht was auf den Kanal kommen. Also Twitter ist ab heute da, man kann, also ab heute ist gut, ihr kriegt das Video ein bisschen später jetzt hier, glaube ich. Vielleicht lasst du es auch sofort hoch, mal gucken. Ähm, also Twitter ist da, und zwar heiße ich, äh, Game Alchemist 1, ja, das dämlich ist, es gibt schon einen Game Alchemisten, der ist auch genauso geschrieben wie ich. Ähm, ist aber, glaube ich, irgendein Producer oder so, irgendein Entwickler, kein Plan. Ähm, also immer eine 1 dahinter und dann findet ihr mich. Das mit der 1 war übrigens vorgeschlagen von Twitter, ich wollte das eigentlich ändern, vielleicht kann ich das noch, mal gucken. Ja, ähm, Kanal, also Profil sieht genauso aus wie auf dem Kanal. Und, ähm, Kanal Banner sieht genauso aus wie jetzt auch auf dem Kanal. Also, bei Twitter sieht das genauso aus wie jetzt auf YouTube. Bedeutet, ihr dürft mich, ihr könnt mich gar nicht dann übersehen. Und, ja, wollte ich noch irgendwas sagen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war es tatsächlich. Ja, ich denke schon. Also, das Wichtigste ist auf jeden Fall das mit Twitter, ähm, jetzt gewesen und dass ich halt sehr viele Sachen noch ändere. Vielleicht haben sie auch welche mitbekommen, meine Thumbnaids sind jetzt auch anders, die haben jetzt so einen liegenden Rats. Ähm, einfach eine kleine Veränderung für die Thumbnaids, so fürs neue Jahr, neues Glück, Veränderung, pipapo. Ähm, und mal schauen, was sich noch so alles ändert. Ähm, vielleicht wird dieses Jahr echt krass mit, mit den Abonnenten auch nochmal steigend. Man weiß es nicht. Ähm, und wenn ihr wollt, dass ich mehr Real-Life-Sachen mache, also auch, ähm, mehr Bilder auf Twitter-Posts und sowas alles dann. Sowas wie Instagram werde ich nie machen. Also, da braucht ihr mich fragen bis zum, ne, das werde ich nicht machen, aber Twitter ist okay. Und ja, den werde ich dann verlinken, ähm, oben den Twitter-Account. Da könnt ihr, stimmt, ihr müsst mich ja gar nicht suchen, könnt doch einfach auf meinen Kanal-Banner dann draufklicken. Ach, egal. So, damit das Video keine 10 Minuten geht und man sich denkt, dass ich hier Werbung schalten will, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.